Wir sind jetzt bei unserem Date. Fotos angucken. Wie war es gestern? Sehr gut. Hast du Spaß gemacht? Ja. Ich versuche es mit Kabel. Hast du den Boot gesehen? Ja. Okay. Ich kann auch runter. Ja komm, ich komme ein bisschen runter. Ein bisschen besser. Danke schön. Ja. 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 So let's go to yesterday. Okay. So what we're gonna do? We're gonna look at each photo. Yeah. If you like one, we put a like. Okay. Okay. Otherwise, just say next. Or no. Okay. Okay. So that means we just make a selection of the ones that you like. There is no obligation. Yeah. Okay. It's just to spare what is good from what you don't. Okay. Okay. So we have two options. We can look from here or if you want to stay closer I can put it like on. No, it's okay. It's okay. Yeah. It's okay. So we can sit. So you say nice store. Oh, no. This is okay. Yeah. Next. This is nice. This is nice. This is cute. This is nice. This is cute. Yeah. You are, which nationality? Romanian. Romanian. Yeah. But we have clients from everywhere. So you start a little bit, you know. English is important. That's problematic, right? No. No. Ah, the sunglasses. I forgot the sunglasses. It's like Mickey Mouse. But not so bad. Not so bad. Not so bad. Not so bad. You know, you can also delete them. You can. Okay. Let's try. You have your eyes. It's too. Okay, delete. Next. I have Romanian, in Germany, Reismachman. Yeah. And he says, when Italian, 10%, when he hear Italian language, he can, 10%, he can understand. Yeah, yeah. The same as Spanish. Ah. So for us it's very easy to learn Spanish. So we have like one week and a half and we already know a lot of words and get along at the supermarket. And she is also from Romania. From Romania, yeah. Next? Oh, next. 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 This is light? Light? I'm watching at the eyes. Sometimes the eyes are closer. Close. Yeah, we try to delete the ones, but sometimes it's... sometimes, you know. Okay. Next. It's good? Sure. Nice. Okay. It's also good. The same position. Yeah. Yeah. At the time vertical. Sure. Yeah, sure. Later we can make it the next choice. Oh, this is nice. Next. 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 We have got lots of photos outside. Yeah, yeah. We haven't reached outside the garden yet. The cactus. The cactus. The cactus. Okay, nice. Okay, nice. Like. Next. Next. Yeah. And... Okay, next. The whole body was better. With the feet. And this? Good? Good. Okay, like. I like that you ask him. Because usually a woman comes and is like, I don't like, I don't like, I don't like. Okay, but let's ask the man. Sometimes put them, you choose for the woman and the woman chooses for the man. Because nobody likes how they look. Okay, next. And this? Good. Good? Okay, like. Next. Next. This is for Harry Gelibauta? What that is? It's difficult sometimes. Can we see the one before? The previous. Hi. Okay. His little smiling here and big smile here. Okay, that's good. If that's good? Okay, like. Oh, that is sweet. Du magst? Du magst. Du magst. Du magst später aus den Favoriten. Ja, ja. Best of, best of. Oh man. Das sind die Semifinals, also gehen wir in die Finale. Wir sind jetzt aus. Okay, das ist gut. Und die Schäuze haben Ja, die Schäuze. Die Schäuze, die Schäuze. Ja, die Schäuze. Okay, hm. So, ich kann das nächste. Mal sehen. Du bist gut, oder? Like? Like. Wie cookst du? Okay, nächste. Und hier? Okay. Next one. That's good. That's nice. Next? Ja, next. Ja. Und hier? Oh, guck mal, wie schön. Okay, that's good. Nice. Okay, like? This? This, oder? Kannst du körper, was meinst du? Kannst du körper? Oh, er fragt mich. Oh. Both, both, both. Both, both. Okay, both. And we'll see later. We'll see later. Okay, this is. Okay, this is. Those were nicer than this. Mm. This next. And here. Next. So, as you can see, in a pose, we make like, da-da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Uh-huh, yeah. So, we have different perspectives. Mm-hmm. Next? Oh, yes, next. Oh, yes, next. We have got other, other locations with the same position. Then later we can look, okay, next. 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 You are laughing here or something. Yeah, you are laughing. Okay, like here. For the second round. The nose. The nose. Okay. This is better than the first. Okay, like. This is the Shakira photo. I will ask you to excuse me a minute. I want to help her because she is leaving today. Okay, okay. If you can. I can leave you the left back. Okay. No problem. We are alone. We are safe. I can help you. I know we have a photo with you. We are leaving today. Also here can we always look at previous photos. And next. You are living on my day? Where did he leave it? Or here? Oh, I didn't see it. Oh yeah. I didn't see it. So, I think I'll do a cut here. Otherwise it's too long. And this was like? Let's see where we were. Okay, we are here. So, if we liked something and we don't want it, we have to click here. So, just to remove the light. Yes. So, and one, it has a light. It appears here. Okay. Good. This is better? This is better. Okay. Next, please. Okay. What's mine still? Like or not? Next. Next. And here? The ice out. Okay. The sun was starting to fall. Yeah, the sun. I need my glasses. This is good. Really? The cactus. This are the harmless cactus pictures. Do you like this? This here too. Okay. This is better. This is better. Okay. Previous dislike? This is better. More laughing. Yeah. And this? Next. Next. Here? Next? Next. 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 Yeah. And here. We have to see the shadows. How do you see? You see how do you do it? Good. Good. Okay. So many? Yeah. There are quite a few. There are still many. Yeah. Oh yeah. It's difficult. This is nice. Nice. This is nice. Nice, yeah. This is also nice. Nice. Yeah, like. Das ist super. Okay, nächstes. Ja, weil das Eis. Und hier? Und das sind so viele. Neues? Das ist gut. Okay. Like? Oh ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch schön. Okay, like? Can you excuse me? I want to help the lady, because... Okay. Yeah, I'm single, so I'm trying to be... Let me just... Give him a like. So, can I leave you with this? Yes. Okay, we can weiter machen. Entweder liken wir, oder machen weiter. Das kann weiter. Das kann auch weiter. So, we have two options. Da machen wir einen Daumen dran. Das ist süß. Aber irgendwie sind die anderen auch schön. Wir haben gesagt, das auch like. Oh, okay. Ja. El, der Juxa, dann mach weiter. Und hier... Tja, dann bin ich gut gemacht. Ich würde sagen, das kann man liken, das andere kann man wecken. Ja, das lieber liken. Ja, das lieber liken. Das ist auch süß. Oh, das ist auch süß. Seitdem, zweite Runde habt ihr das, weil es wird sonst too much. Das ist auch süß. Du Gesell. Da guck ich komisch. Hier machen wir einen Daumen dran. Okay, next. Na, mach mal weg. Weiter. Jetzt gucken wir mal die Schatzi-Fotos. Ja. Ja, das sind halt eins. Ich hab halt sehr viel europäische Genetik und Raste hier. Bei der ist mehr Afrikan-Bombata-Salat. Nein. Deswegen, ja. Wir haben aber so viele noch, deswegen können wir ruhig ein paar Stück überspringen. Gehen wir nochmal zwei zurück. Mal gucken, ob da noch die... Das ist auch schön irgendwie. Nehmen wir mal einen Daumen. Später kann man wieder aussieben. Oh, komm mal weiter machen. Okay. So, you want them in... Das mit der Hand, du weißt noch, wie wir reden das. Was soll ich machen? Hey, hey. Okay. Okay. Ja, und da, wo du so lachst, so süß. Das Lachen ist auch goldig. Da kannst du dir eins aussuchen. Aber auch nicht. Dann nächstes. Da war eben noch ein besseres sogar. Das ist süß, guck mal. Eins zurück. Da würde ich einen Daumen dran machen. Weil da kommen ja noch die Poolbilder, die Meerbilder. Also das dauert ja... Also alles nehmen wir jetzt sowieso nicht. 3, 0, 3, 5. Ah, das ist auch cool. Der Augenblick. Ich mach mal zwei zurück. Ich glaube, das eine war doch nicht schlecht. Das ist auch cool. Das ist nachdenklich. Da würde ich einen Daumen dran machen. Ja, manche sind... Kann man schneller vorbeimachen. Weiter. Wir müssen uns ja beide auch gefallen. Wie ist das? Wenn, dann das. Weil das andere so ist. Dann bist du weit aus. Sorry, Leute. Ich muss immer alles tun. Multitasking. Ja, ja, ja. Okay. Weiter. Laura ist jetzt schon busy. Ja, sie macht eine Fotoshoot. Okay, weiter, weiter, noch mal weiter, dann auch weiter, ja, schönere, ja, das ist nice. Weiter, da sieht man ein bisschen Pool, guck, das ist schön. Augen zu, Augen zu, ist auch schön, hm? Auch schön, vor Auswahl müssen wir jetzt erstmal ganz grob essen. Das ist schön, ja, wir machen uns selbstständig, ist auch schön, hm? Ja, du magst das? Das haben wir ja schon mal, ja, manche sind dann, das ist schön, like. Das können wir weitermachen. Oh, guck mal, wie ich dich anschaue, an die Miete. Mach mal eins zurück. Das ist super. Das ist super. Jetzt kannst du weitermachen, da war das Schöne, wo du lastest. Noch eins? Wir lachen über das Schöne, aber ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir können mein Video, mein Vlog. Okay, okay, ich kann. Ah, das ist besser, weil die Hände, die Hände war cut. Ja, das ist besser. Das ist auch gut, später müssen wir auch aussehen. Oh, ja. Und dann schauen wir die Besten von beiden. Oh, das ist ein Magnet? Nein, das ist ein Magnet. Ja, aber wir haben sie nicht für heute. Sie sind aus Ordnung. Und wir haben nur die Key Rings. Oh, ja. Ich werde es erklären. Okay, du willst die Licht hier. Okay, Licht. Ja, das ist ein Jump. Jump ist gut. Okay, Jump ist gut. Oh, gut. Boom, da ist es. So, du machst du Basketball, glaube ich. Weil du bist wie ein Poet. Und du hast auch die Lichter. Ja, er hat auch die Lichter. Oh, mein Gott. Es gibt mehr mit diesem Poet. Mit Kartos. Da kannst du entscheiden. Das sind alle gut. Mit Paraglider. Ja, der Paraglider bewegt nach der anderen Seite. Das ist auch gut. Da kann man Daumen dran machen. Beim ersten. Mit dem Telefon. Ja, live. Live on stage. Das erste hast du gedaumt, gell? Ja, das Licht ist sehr schwer. Und in deinen Augen ist es schwer zu halten. Aber schön. Das kannst du leiten. Das kannst du leiten. Ja, klar. Mach mal nochmal zurück. Hier habe ich die Augen nicht gestanden. Hier? Ah, das fand ich jetzt gut. Aber okay. Ja, aber die Augen sind gut. Okay, weiter. Das oder das? Dann lieber das vorherige. Das? Das mag ich lieber. Später so sortieren wir nochmal neu. Das ist auch schön. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Double double double. Auch schön, ja. Ah, ja. Ich gucke. Aber es war nicht schlecht. Mach mal nochmal zwei zurück, bitte. Ja, zwei. Oh, das ist auch gut. Kommt auch hin hoch. Es war schon so. Double like. Und das. Weiter. Jetzt kann man weiter. Magst du das? Magst du nicht? Ja. Ich gucke ein bisschen komisch. Aber vielleicht haben wir noch eins. Das ist besser. Okay. Okay. Ja. Mein Lose Signal ist kommunikativ. Ja, ja. Ja, ja. Du hast alle Fotos, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber sag das über deine Fotos. Nicht meine Fotos. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schön. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schön. Das ist schön. Das ist eigentlich auch, aber... Hm? Die Haare? Brauchen wir nicht unbedingt. Okay. Weiter... Nein, da habe ich... Sorry, die Aata hier. Wenn du eins machst, können wir auch eins für dich nehmen. Ich mache nicht. Gut. Ja. Ah, guck mal, Candy und Quentin. Das erste. Hab schon. Das hast du schon geliked? Warte mal. Ah ja, da ist schon eins. Ah ja, da ist schon eins. Okay, das auch? Das zweite? Also das vorherige? Ja. Also... We forgot Dave. We forgot Dave. I think he was on the back and these two guys were on the table. Yes, and then it had to be quick. Yeah, yeah. Then, next time. So, das? Das ist schön. Ja. Das? Ja. Das? Oder das? 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 Aber ich muss noch mal gucken. Noch mal zwei zurück. Ah, zwei. Ah, okay. Das ist das erste, das nächste. Finde ich schöner, das zweite. Das ist in der Mitte quasi. So, if you look at this, these are here, so they look better. If you go to the next one, these are here. And you know, so my recommendation would be the other one, but however you like. Yeah. Okay. Wegen dem Baum. Okay, ich muss noch mal das vorherige sehen. Okay, she wants to see again. Okay. Okay. One. The background, you mean? Two. Ah, aha. Three. And which one would you prefer? One of these or the other one. Because you didn't have like the trees in the head, you know? Ah, okay. Ich mach mal eins nochmal zurück. I think I would like this. This? Ja. Okay. 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 Langsam. Zwei zurück bitte. Das finde ich auch schön. Okay, weiter. Ach ja. Ach ja. Kann man weitermachen. Ja. 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 Das ist auch gut. Ja. 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 Das ist auch schön. Okay, neig. Now we are in the shadow. We can have your eyes more open. Ja. Kann man weitermachen. Okay, weiter. Da kann man Daumen dran machen. Like. Ist auch schön. Dann sortieren wir später nochmal neu. Kann weiter. Aber wenn du willst, kannst du auch Daumen. Das ist schöner, ja. Wie ich gucke. Was mache ich da? What I'm doing. Okay, like. Das ist schön. Die Augen sind immer ein bisschen locker. Weiter, oder? Weiter. Das kann man theoretisch auch lassen. Lassen, oder? Also, Daumen dran. Ist schön. Da guckst du auch guckst. Das ist ja. Da guckst du auch. Lots of work. Ja, in the holidays. Das finde ich auch schön. Und wie ist dein Leben hier in Tenerife? Also, we move like one week and a half. Ja. Aber es ist, um, als local, hier, in den Süden Tenerife. Ich mache Interview, okay? Ja. Es ist schwer, weil es sehr schwer finden ist. Also, die Leute, die hier arbeiten, in Costa Adehe, müssen sie sehr weit entfernen von diesem Ort. Und da sind nicht der viele Autos, weil sie ja früher waren, viele Autos. Sie haben eine Verkaufnahme, die es möglich war. Und sie wurden für sie. Und sie waren auch Touristik. Also, die Leute, die in Bars, wenn sie nicht Auto haben, sind sehr schwer, weil sie von ihnen nicht weit entfernt haben. Und sie haben keine Busse. Das macht es schwer finden, zu finden. Und ja, alle Preise sind auf. Aber es ist auch schön. Es sieht schön. Und du hast den Auto. Wenn du eine Auto haben, Es ist leicht, aber für diejenigen, die mit dem Bus arbeiten, es ist schwer für diejenigen, die mit dem Bus arbeiten und nicht haben, wie die Barmens, die auf 12 Uhr leben, und sie haben keine Busse. Und es wird schwierig, aber die Leben ist schön, also wenn man aus der Touristik ist, fühlt man die Lokalität. Ja, man fühlt man die Lokalität. Also, 10 Minuten, von hier, mit dem Auto, in den Mountainen, vollen Lokalität, vollen Lokalität. Mit Dögen, ein Café mit Lech, sprechen in den Körneren der Straße, so wie das. Wie Familie. Und sie gehen zum Bett sehr früh. Also, wenn wir, zum Beispiel, auf 11 Uhr gehen, sie sind immer noch zu sprechen. Die Musik werden laut und amartig und wußern. Sie werden so, bis zum 12 Uhr oder so, weil sie die Gnade und im Winter starten meistens nach 8 Uhr oder 9 Uhr gehen. Sie gehen, aber das ist die Art. Das sind die Weise, wie sie es zu tun. Wir sehen uns im Wochenende, von uns, was es. Aber wir waren auf anderen Flächen, in den Kanerien, wo wir noch mehr zu bleiben. Hier ist mehr Dynamik in Penerife. Wir sind in Fuerteventura, Gran Canaria. Hier in dieser Zeit, in Fuerteventura, keine Menschen. Ja, keine Menschen. Sie sind in der Hotel, aber wenn man auf die Straße geht, dann ist es wie in den Zombies filmen. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. 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 Laura, es ist okay für dich, wenn ich... Okay, und ich werde... Ja, das ist Laura. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Ich kann dir da schreiben. Und später werde ich die Videos upload. Danke, Laura. Danke, Robert. Wir haben immer noch Fotos. Wir haben immer noch Fotos. Okay, weiter. Okay, kein Problem. Weiter. Ja, wir wollen ja auch wieder an den Strand. Oder an den Pool. Weiter. Weiter. Da sehe ich komisch aus bei manchen. Ich muss sagen, Like. Ach, das brauchen wir auch nicht. Das ist auch Kopf ist ab. Das ist schon ein Beispiel schön. Das kann man liken. Dann... Okay, weiter. Weiter. Das erste war schon gut. Weiter. Noch mal weiter. Kann ich auch wegmachen. Ja, weiter. Nein, wir sind wieder. Mehr und mehr, wir sind so getrunken. Ja, es war... Ein hartes Arbeitszeit. Ja, ja, ja. Es ist nicht einfach, zu sein als ein Modell. Es sieht einfach nicht so, wenn du sie sehen. Aber in den Filmen siehst du es nicht. Ja, nicht schlafen, nicht essen. Aber das ist schön. Das ist toll. Das ist auch. Das ist eigentlich auch schön. Wir müssen eh noch eine Runde machen, das kann weiter. Das ist schön. Wenn du dann später sagst, ah, meine Augen gefallen mir nicht, dann weg. Das finde ich auch schön. Romantisch. Dann kannst du weg und das ist, kann auch weg. Und der Sonne war sehr schwer in diesem Ort. Ja, wenn du es nicht magst, mach einfach weiter. Das ist schön. Weiter. Kein Ende? Nein. Warte, noch mal. Keine Fotos. Das hast du geschafft. Einmal zurück. Was? Okay, das ist das, was wir gerne. Und jetzt ist das zweite Runde. Okay, jetzt lass ich dir sagen.